Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Tag für Tag ist Bikob ein ganzes Heer von Verkäuferinnen und Verkäufern im Einsatz, um alle ihre Wünsche zu erfüllen. Im Einsatz übrigens vor und hinter den Kulissen dann die Aufgaben und Anstrengungen vom Verkaufspersonal sind Bikob so vielseitig und abwechslungsreich wie das Warenangebot in den verschiedensten Reihen. Das Gemüse zum Beispiel wird besonders pflegt, denn die Ansprüche an Frische und Qualität sind hoch. Freude am Bedienen, fundierte Fachkenntnisse und pflegt die Erscheinung gehören genauso zu einem Go-Verkäufer wie angenehme Umgangsformen und Interesse an einem lebhaften Betrieb. Permanente Kontrollen garantieren, dass der Go-B-Kaffee auch bei Ihnen zu Hause noch so röstfrisch ist, wie er in dieser Packung abgefüllt worden ist. Und auch das hier ist wichtig. Rechtseitig Warnob stellen, damit immer die ganze Auswahl zur Verfügung steht. So eine vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit im Verkauf verlangt natürlich eine gründliche Ausbildung. Darum werden bei Go-B schon die Lehrlinge praxisnah ausgebildet und zwar in einem Rahmen, der weit über die gewöhnliche Berufsschule hinausgeht. In Spezialkürsen in den Go-Bildungszentren können sich die Verkäuferinnen und Verkäufer später dann weiterbilden, zum Beispiel zum Ladeleiter. Bis es allerdings soweit ist, heisst es vorläufig hier noch ein bisschen üben. Und jetzt noch ein paar kurze Informationen. Zur ersten Neuheit, der Espressomat. Ein waagverpackter Go-B-Kaffee mit Aromagarantie wird speziell für die Espressomaschine gemahlen. Dank dem konstanten und abgestimmten Mahlgrad kann sich das kräftige Espressoaroma optimal entwickeln. Fröhliche T-Shirts, bunt bedruckt, für die ganze Familie offeriert Ihnen Go-B wie immer besonders günstig. Mit der Mode ändert sich auch die Frisur, Styling und die Haarfarbe. Go-B führt darum ein umfassendes Angebot an Pflegeprodukte, die Ihnen das aktuell sein erleichtert. Mit Elsev Protein von L'Oreal wird das Haar wieder kräftig und natürlich geschmeidig. Es gibt ein Shampoo und einen Intensivhaarkur. Brille-Creme gibt dem Haar die nötige Feuchtigkeit und bringt die natürlich Schönheit voll zur Geltung. Belle-Color Farbshampoo gibt es in zehn Farbtönen. Es gibt Ihrem Haar eine natürliche Tönung, die lange hält. Mit Chandor, einem Classic-Hairspray mit Weizenkeimextrakt, bleibt das Haar sicher in Form, natürlich und gepflegt. Und den Formschaum von Beldam-Coffür erleichtert die Form der Frisur und gibt den Haaren Glanz und Geschmeidigkeit. Und wenn jede Woche macht Ihnen jetzt die Studiaküche noch einen Menüvorschlag. Ich darf mich jetzt schon von Ihnen verabschieden. Einen schönen Abend noch. Die Bohnen einmal nicht nur als Beilage, sondern auch als Hauptgericht. Die Bohnen rüsten und rütteln. Eine Zeebele fein hacken, Knoblauch dazu pressen, eine rote, eine geile Peperoni und Tomaten fein würfeln. Das habe ich hier alles schon gemacht. Gib jetzt die Zeebele und den Knoblauch ins heisse Öl, dann das Fleisch dazugeben und gut mitbrütteln. Mit ein wenig Mehl bestäuben, ein Löffel Tomatenbüree dazugeben und dann das ganze Gemüse rein. Nachher wirken, mit Bouillon ablöschen und die Zudeck 30 bis 40 Minuten garen lassen. Wenn Sie es gerne rassig haben, so legen Sie doch eine scharfe Pfefferschote dazu. Gefällt Ihnen das Rezept? Es steht in der Coop-Zeitung von dieser Woche und morgen in Teletextzeiten 270. Einen guten. Zum Anfang der aktuellen Preisschlager. In allen Coop-Do-it-yourself-Läden gibt es die Pflanzenspritze Gloria für nur 35 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Coop Caffee Jubilar 500 Gramm statt 9,10 für 18. Coop Caffee Espresso 225 Gramm statt 3,80 für 3,30. Alle Napoli-Teigwaren im 500-Gramm-Pack kosten jetzt statt 1,20 nur 90 Rappen. Zwei Dosen Coop Champignons de Paris geschnitten statt 2,60 für nur 1,90. Alle Sonnenschutzmittel sind jetzt 1 Franken günstiger. Salami Tipo Milano geschnitten per 100 Gramm statt 2,85 für nur 2,35. Und Tipo Nostrano geschnitten per 100 Gramm statt 2,90 jetzt nur 2,40. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Vollwäschmittel Biancomat phosphatfrei statt 14,50 jetzt nur 11,50. Und ein Kilo Bananen gibt es für 2,20. Auf Wiedersehen!